Oh, sie ist echt hübsch. Mein Mann muss Porsche fahren. Nö. Ich heiße Monika. Wow. Willst du mein Baby-Daddy sein? Oh, ich kann ein Auto anheben. Hast du einen Freund? Hey, Süßer. Hey, Hübscher. Warte, nein. Ich mag Mathe. Wollen wir woanders hingehen? Äh, nein, da kurz. Hi, schön, dich kennenzulernen. Oh, Chanté. Willkommen beim Ja-versus-Nein-Spiel. Ich fang an. Nein, ich. Okay, zusammen. Die Hochzeitschallenge. Bis dann, tschüss. Oh, ein Geschenk für mich? Es ist unser zweiböchiges Jubiläum. Okay, so spannend. Was das wohl ist? Du bist das Lieben. Für immer. Für immer? Ein Ring? Warum? Ich liebe dich. Willst du mich heiraten? Äh, ja. Willst du diese Frau zu deiner Ehefrau nehmen? Um sie zu lieben und... Ja. Okay, und willst du diesen Mann zu deinem Ehemann nehmen? Psch, sprich nicht weiter. Ich muss los. Schatz, ich liebe dich. Komm zurück. Ich trage echt die falschen Schuhe dafür. Wo bin ich? Ah, es ist mein Kamel. Ich dachte, es sei mein Verlobter. Ich bin zu jung zum Heiraten. Ich muss entkommen. Ach, lass mich alleine. Hier bin ich sicher. All dieses Weglaufen war anstrengend. Ich mache ein gutes Nickerchen. Schatz, mein Liebling. Liebes. Endlich habe ich dich gefunden. Unsere Liebe kann niemand aufhalten. Wir gehören zusammen. Oh, okay. Na gut. Du kannst die Braut jetzt küssen. Lass uns das Rad drehen. Los geht's. Ja, von mir. Die Spring-Challenge. Oh nein, oh nein, oh nein. Niemals. Du hast ja gesagt. Du musst das tun. Nein, ich kann nicht. Ich, äh. Los jetzt, sonst. Nun, wenn das so ist. Oh, so kalt. Okay, ist hier nur Wasser. Los geht's. Wir müssen mal über dein Deo sprechen. Los, spring. Er hat es getan. Das macht echt keinen Spaß. Okay, weiter zur nächsten Challenge. Frische Meeresluft. Okay, spring vom Steg. Los. Ich tue es. Ich tue es. Er tut es. Ich bin unaufhaltsam. Ich bin unaufhaltsam. Oh, nein. Schlechte Idee. Gut gemacht. Nächster Sprung. Du musst nur aus dem Flugzeug springen. Sei ein Mann. Ja. Bitte lass mich nicht sterben. Wow, das ist echt hoch. Waaah. Hey. Ich kann mein Haus sehen. Ich bin dran. Ja, zu... der Halloween Challenge. Hehe. Zeit, es zurückzuzahlen. Kartoffelchips? Die sind nicht gruselig. Komm schon, mach auf. Was kann schon passieren? Hä? Oh, Schlangen! Stell dir vor, du hast Angst vor... Wow! Ich hasse Schlangen. Moment mal. Was ist das für ein Licht? Hm. Das Spiel gefällt mir nicht. Was ist das? Langweilig. Nee. Hier ist auch nichts. Zeit für etwas Spaß. Mwahaha. Waaah. Das ist großartig. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Endlich in Sicherheit. Es ist nur eine Spinne. Hä? Lass mich hier raus. Oh. Nun was. Perfekt. Ich hab ne tolle Idee. Ich mag das nicht. Ich will dein Blut saugen. Ah! Hä? Was zur... Ah, hi. Das ist nicht lustig. Buh. Buh. Ich bin dran. Nein, ich zuerst. Die Mystery Drink Challenge. Die Mystery Drink Challenge. Zeig für ein erfrischendes Wasabi-Getränk. Ich gebe noch etwas Gurke dazu. Ich gebe noch etwas Gurke dazu. Oder drei. Haha. Kurz schütteln. Lalalala. Hm. Lecker. Lecker. Ich habe einen netten, erfrischenden Drink für dich. Ich hoffe, er schmeckt dir. Oh, wie ekelhaft. Bäh. Mal sehen, wie ihr das gefällt. Würzen wir das Ganze ein wenig. Hahaha. Das wird diesen schrecklichen Geschmack beseitigen. Dein Ernst? Wie wäre es mit einem Milchshake? Mit ein paar Bohnen. Lecker. Tada. Bitte sehr. Ein cremiger Milchshake. Lass es dir schmecken. Da kommt gar nichts raus. Da steckt was am Strohhalm. Äh. Okay. Das ist perfekt. Leckere Cola. Mit etwas Sojasauce. Haha. Was für eine tolle Idee. Den Unterschied wird sie nie bemerken. Ein Glas Cola für dich. Okay. Ich nehme die hier. Äh. Aber. Prost. Wie würdest du deine Freunde herausfordern? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Vergiss nicht, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren für weitere lustige Videos wie dieses. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.